Ich habe halt den Vorteil, ich stehe im Freien, bin daher abgehärtet. Ich bin seit ich 30 Jahre im Obstandel stehe, habe ich noch keinen einzigen Tag nicht in der Arbeit gehen können, weil ich krank war. Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition. Ein Unternehmen, das für Qualität, Leidenschaft und Nachhaltigkeit steht. Ein Unternehmen für den Kunden. Wir sind der Obststandel Didi. In einem kompetitiven Umfeld konnten wir uns stets behaupten. Wir sind als Kompetenz- und Marktführer perfekt positioniert. Wir stellen uns den Herausforderungen einer modernen Welt. Wir denken und handeln lösungsorientiert. Ich bin also ständig mit Leuten beieinander. Ich höre mir die Geschichten von Didi und die kommen also gern zu mir als Gesprächspartner, weil zum Einkaufen, glaube ich, haben wir uns zum Supermarkt genauso reden. Wir beziehen unsere Produkte von den Weltmärkten. Wir setzen höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Das Resultat ist das Vertrauen, das wir tagtäglich erleben. Unsere Logistik ist stets ganzheitlich, zeitgemäß und zuverlässig. Unser ausgewogenes Portfolio reicht von klassischen Produkten bis hin zu zeitgemäßen Innovationslösungen. Ausgerichtet nach dem aktuellen Bedarf des Marktes. Apfel, Bananen sind immer der Klassiker. Und dann sind es saisonell bedingt. Leinraum, Erdbeeren, das sind Klassiker. Aber Mango, Papaya sind wichtig, Kaffee studieren, sind die Moodies wichtig. Leistung fängt bei uns mit einer individuellen Qualitätskontrolle an. Dadurch erzielen wir effiziente Synergieeffekte. Der Einkauf wird für unsere Kunden zu einem Erlebnis. Dafür gehen wir gerne die Extrameile. Er geht auf einen ein. Man hat das Gefühl, er guckt einen tatsächlich an und man ist nicht der 100 Sekunde an dem Tag. Und aber auch seine Herzlichkeit, seine Freundlichkeit, seine Offenheit. Wenn ich ihn sehe, dann wird meine Laune immer besser. Wenn man bei ihm einkauft, ist man irgendwie immer gleich gut drauf. Also ich gehe super gerne zum Didi, weil der hat richtig tolle Sachen und Qualität, muss ich sagen, ist ganz entscheidend. Das ist einfach geil. Das ist ein cooler Typ. Unser Recruiting junger Talente macht sich bezahlt. Tagtäglich. Denn es sind die Menschen, auf die es ankommt. Strategisch richten wir uns an unseren Kernkompetenzen aus. Wir stehen für Nähe zu unseren Kunden. Für One Face to the Customer. Also Vertrauen zu seinen Kunden, zu meinen Kunden baue ich auf, indem ich ehrlich bin, Syner. Wir stehen für Nachhaltigkeit, Qualität und Leidenschaft. Werte, die uns klar von anderen unterscheiden. Wir sind der Obststandel Didi. Das Leben ist erfreit. Das Leben ist erfreit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020